Hey Leute, heute kommt ein Video von mir und zwar packe ich heute mein neues Hobby Horse aus. Es ist von Wings and Hobby Horses auf Instagram und ich habe es auf Instagram eben gesehen und dann dachte ich mir, ich kann ja mal ein Gebot abgeben und jetzt habe ich es endlich und ich würde sagen, wir reden nicht lang und packen es einfach raus. Ich muss gerade schauen. Oh mein Gott, also hier schon mal. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ganz viel Spaß mit Bella, also mein Pferd wird Bella heißen und hier noch Luna, also Wings and Hobby Horses. Das ist so schön und auch dieses Aufkleberchen. Und hier ist sie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, sie ist richtig. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Pferd, das so hart gestopft ist. Also das ist wirklich... Sie ist so schön. Oh mein Gott. Entschuldigung, James, ich glaube, ich habe einen neuen Diebling. Aber sie ist so hübsch. Oh mein Gott. Und die Öhrchen sind richtig fest. Also die Öhrchen sind auch richtig gut gemacht. Jetzt durch das Transportieren ein bisschen zerquetscht. Sie ist richtig hübsch. Sie ist ein Haflinger. Und deshalb musste ich sie einfach irgendwie kaufen. Oh mein Gott. Und sie ist richtig schön genäht. Und was ich bei ihr sehr schön finde, sie hat hier einen Karton reingemacht für den Stock, wo der Stock dann drankommt. Und ich finde einfach, das Pferd ist so unglaublich schön. Ja. So süß. Und halt alles ist so richtig schön dran genäht. Also nicht wie meine Pferde. Wo die Mähne abfällt. Aber oh mein Gott. Sie ist groß. Ich hätte sie mir nicht so groß vorgestellt. Ich hole mal kurz. Im Vergleich zu James ist sie halt schon ein bisschen größer. Ja gut, auch nicht so arg. Also sie hat einen längeren Hals. Und sie ist halt unnormal gestopft fest. Ja. Leute, das war mein Video. Freut euch auf Videos mit Bella. Und ja. Dann danke fürs Zuschauen. Abonnieren und Like nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.